Rund um die Option Bearbeitung erzeugen, welche zur Version 27 eingeführt wurde, konnten wir zur Version 28 aufgrund von Kundenfeedback einige Verbesserungen durchführen. Wir finden die Option unter Modifizieren. Hier kann seit letzter Version definiert werden, ob die Bearbeitungen, welche aus diesem Element resultieren, erzeugt werden sollen oder nicht. Weiter konnte ich bisher unterscheiden, ob die Bearbeitung am Einzelbauteil oder am Komposit durchgeführt werden soll, sprich im Einzelabbund oder auf einer Wandfertigungsanlage. Auf mehrfachen Wunsch wurde die Auswahl hier erweitert und kann nun parallel ausgewählt werden. Das heisst, ich kann die Bearbeitung sowohl im Einzelbauteil wie auch im Komposit erzeugen auf der Maschinenerkennung und dann an der Maschine entscheiden, wo ich die Bearbeitung ausführen möchte und wo nicht. Für den Typ V-Berg gibt es auch im Dialog eine Erweiterung. Hier haben wir die Definition Bearbeitung erweitert. Ich kann diese einblenden und sehe dann hinten pro Materialschicht die Definition. S steht dabei für Single Piece oder Einzelbauteil und C für Composite. Mit einem Klick auf diese Box kann ich zwischen Einzelstück, Composite oder beiden Optionen wählen. Wenn ich eine unterschiedliche Definition habe, wird der Titel oben rot eingefärbt, damit ich, auch wenn die Definitionen ausgeblendet sind, sehe, dass hier unterschiedliche Definitionen vorhanden sind. Wichtig dabei ist noch zu wissen, dass wenn ich hier unter Modifizieren eine Änderung vornehme, diese für den V-Berg-Dialog übernommen wird und alte Definitionen überschrieben werden. Das heisst, die Option unter Modifizieren hat erste Priorität und die Einstellungen im V-Berg-Dialog danach zweite Priorität. Die Option Bearbeitung erzeugen steht uns für die Achsen VBA Polzen Installation Rund und Installation Rechteckig zur Verfügung. Die Option Bearbeitung erzeugt sich für die Achsen V-Berg-Dialog. Die Option Bearbeitung erzeugt sich für die Achsen V-Berg-Dialog.